langer weg zum tor so hallo ich will lieber reden über führer stahl zum beispiel sei still damit treffen wir ihn also still sein willst du dann kostet dich das was das kostet dich was eine handwisch die andere woher zum teufel weißt du davon von simon bergfink er hat versprochen dass er es vergisst wenn du mich zum jahr bringst bergfink simon schwarz mal wohl eher gut komm mit hat geklappt meine linie geht auf den großen zurück dieser hund hat sie ausgelöscht er muss sterben ich urteile hier live denkt daran aber er ist ein rumtreiber ein fremder der verdient kein verfahren nicht mal den tod durchschwert er nein nur weiter ich möchte es hören gerald ich hätte nicht erwartet dich sobald wieder zu sehen da ich mich auch nicht entsinne nach dir geschickt zu haben ich würde ja warten wenn ich ein oder zwei jahre zeit hätte leider bin ich in eile zur sache live sagt du hättest seine söhne kori und kraki getötet was sagst du dazu ja was sagen wir dazu es war notwehr war es ja auch die haben ja angegriffen bla 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 wie lautet das urteil nein wir sollten zumindest was dazu sagen was sie verdient hatten die ein paar aufs maul verdient aber den tod bestimmt nicht also ich habe mich nur verteidigt und jord niemand hat seine worte bestätigt und niemand wird es tun es ist immer leichter einen fremden zu hängen als einen der eigenen nicht die zunge so scharf wie die schwerter scharf er beleidigt mich jahrel unseren ganzen clan der kodex der ahnen sagt ruhe meine entscheidung steht fest gerald von riva ich befinde dich des zweifachen mordes für schuldig das urteil lautet tod durch ersticken was aber du kannst dich freikaufen zahle das gewicht von kori und kraki in silber was ratenzahlung ne jetzt haben wir bis bis ans ende unserer lebtage ne haben wir nicht du weißt dass ich das geld nicht habe sofern die burschen nicht viel leichter waren als sie aussahen das ist mir durchaus klar ich zahle den blutpreis selbst was das ist gegen alle gesetze ich mache hier die gesetze geh nach hause live wenn du mich wütend machst knote ich dir diesen sack silber um den hals und werf dich ins meer ok wozu das theater ich kann es mir denken damit hat er der gerechtigkeit genüge getan und uns aber auch gerettet trotzdem er kann es ruhig noch mal sagen was sollte das theater wenn du einen hexer anheuern willst sag das doch einfach wäre billiger gewesen erzähl mal hexer hast du irgendwelche ehre habe ich ich habe live in deinem namen bezahlt du stehst in meiner schuld einer ehren schuld du tust was ich sage also hör genau zu mein sohn blau jung lugus er ist verschwunden weder um gegen die schwarzen zu ziehen noch um ein kloster zu plündern wollte zur höhle der träume im süden der insel von dort ist noch niemand zurückgekehrt du bist klug und gut mit dem schwert das ist eine seltene kombination also sollst du ihm helfen ich brauche einen erben einerlei was er drauf hat nimm deine sachen und tu was ich sage oder verliere deine würde und einen guten namen für immer aha es geht also um seinen sohn deswegen hat er das gemacht ist blass gestern auch gesoffen ne ähm sind wir denn jetzt hier die höhle der träume neue quest wo wir den sohn finden werden wahrscheinlich oder oder retten müssen oder was auch immer ähm hi hier ist alles zu verkaufen waffen sollten nicht rumliegen und verstauben jedenfalls nicht wenn jemand vorbeikommt der sie verwenden könnte serikanische sefare kriegsweile aus mahakam biroledanische kurzschwerter wo habt ihr denn die ganzen festlandsgüter her die hat das meer hergegeben und wenn es sie nicht hergibt hackt ihr die hände ab die die schwerter umklammern hahaha du glaubst doch nicht dass man solche sachen einfach bei ebbe am strand findet wie muscheln okay die plündern also hm hm plündern und was bringt ihr noch so von den raubzügen mit größtenteils das übliche gute weine seide wertsachen aller art oh und frauen wenn wir für die keine ordentliche verwendung haben wer dann hast du von der donnernden dörte gehört auch dübelstück genannt der frau von lugus dem irren oder von goldlöckchen sansa der zu ihrer zeit schönsten frau der welt beide auf raubzügen mitgenommen dübelstück teufelsstück schön ähm wind anfertigen nein zeig mir was du hast so was haben wir denn hier brauchen wir das hier irgendwas von pergament glyphen 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 macht das sinn glyphen boah ist aber teuer der scheiß alter schwede wie viel cola hat der 1850 gut da können wir auf jeden fall ein bisschen was reinstecken hier müssen wir den ganzen rotzlos werden so 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 wo ist das 30 voll mies okay dann handwerk brauchen wir glaube ich gerade noch nicht reparieren die sachen die wir anhaben können wir reparieren lassen so den rest nicht verbesserungen entfernen brauchen wir eigentlich nicht zerlegen zerlegen ist gut schlechter weg damit auch schlechter weg damit ähm gelb ja kommt 28 weg damit auch schlechter weg damit auch schlechter weg damit so einmal ach so sortieren geht hier nicht aus irgendeinem grund geht sortieren hier nicht hier aber mhm ja gut ach das reicht wiedersehen tschüss so wo geht's denn hier raus da ne ja okay hoch was wieso geht denn hier so wieso geht denn hier rum ähm ich würde gerne meditieren ich will jetzt nicht unbedingt bei nacht hier aufbrechen sondern mehr so beim morgengrauen da ist doch besser wir speichern kurz und weiter geht's jup tschuldigung was sind wir hier überhaupt waren wir hier schon mal ich glaube nicht ne mein vater wird mich umbringen und dann Horvath dein vater wird niemanden umbringen aber du kannst nicht bei ihm bleiben du bist eine Drummond Horvath ist ein Ancret ich kann ihn nicht verlassen ich trage sein Kind oh weia nee ach ja solche Dramen erlebt man glaube ich überall also hier in solchen Gegenden wo es noch Clans gibt und obwohl heutzutage erlebt man das ja auch noch ne so gar nicht so abwegig was guckst du denn so ich guck da gar nicht lauf hier nur vorbei ein Anschlagsbrett neue Markierung Anschlagsbrett was haben wir denn hier äh hallo man so jetzt Kräuter gegen die Schafseuche auf unserer Insel gehen die Schafe zugrunde ich bin sicher dass der Clan Dimon dahinter steckt mögen die Götter diese Hunde verdammen wer seine Herde nicht verlieren will sollte meine spezielle Kräutermixtur kaufen und sie seinen Schafen verabreichen dann wird die Seuche sie verschonen eine Seuche okay biete Schafschuhe ein Schafscherer sucht Arbeit ich bin der beste Scherer im Dorf in der Zeit die andere für einen Bock brauchen schere ich die ganze Herde und an guten Tagen sogar noch den Schäfer und seinen Hund bitte was den Schäfer ii äh Mitglieder des Clan Drummond der Drakkar von Lars dem Fuchs ist vor der Küste Nilfgards gesunken die gesamte Besatzung ist tot lasst uns zu den Göttern beten um den Schmerz zu lindern und uns auf Rache zu besinnen mein 14 Jahre alter Sohn Vollbark ist seit 10 Tagen nicht mehr nach Hause gekommen ich fürchte er hat sich ohne meine Erlaubnis für einen Beutezug gegen die Schwarzen gemeldet falls irgendjemand weiß was mit ihm geschehen ist sagt mir bitte Bescheid hört am gestrigen Tage hörte das Herz von Harald Thorstenson unserem Vater Ehemann und vor allem Krieger von Clan Drummond aufzuschlagen obgleich er an 23 Beutezügen teilnahm und in 7 Kriegen kämpfte starb er an seinem Bett mögen ihm die Götter gnädig sein und ein Auftrag das gestohlene Horn ich Holger Schwarzhand gebe hiermit folgendes bekannt die Krieger die bei der Schlacht von Sodden Schande über sich und ihre Familien gebracht haben haben gezeigt dass meine Bestrafung noch viel zu gering war bevor sie Anskellig verlassen haben stahlen sie aus meiner Halle das Horn meiner Ahnen ich habe die Aufgabe es zurückzuholen meinem Vogt Matthäus anvertraut wer ihm das Horn bringt wird meine Großzügigkeit erfahren wer den feigen Dieben hilft wird meinen Zorn zu schmecken bekommen das nehmen wir natürlich mit und kriegen einen erkundeten Ort und da ist er eine neue Quest ah warte warte der hier ich sag was zu tun was ist der Unterschied zwischen einem Hilfgader und einem Ertrunken na schön was denn Ertrunkener können schwimmen ha 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 noch so einer und du gehst mit ihnen zusammen baden der war echt schlecht voll die Flachwitze hier am reißen hier geht es auch hoch ist irgendwas an Interesse da oben ähm hier ist auf jeden Fall ein nicht erkundeter Ort da da bewegen wir uns wie es aussieht genau drauf zu praktisch praktisch das sind doch nur 60 Meter äh scheiße das sind ja Banditen okay ich muss hier erstmal warte mal dann nehmen wir mal Igni oh hatte ich noch ein Quen aktiv so da unten ist so ein Fatzke Aua die Bogenschützen sind das Problem da hinten komm 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 wohl die machen aber nicht viel Schaden oh wie der nervt ihr nervt auf Auge Auge um Auge Mann. Komm, wir machen wieder unsere Bekannte. Ähm, wo ist es denn? Da. So. So. So erledigt man das als Hexter. Hoppla, verschluckt. Was ist denn hier los? Äh, Banditenlager. Und das ist die Truhe. Jawohl, ja. Äh. Hahnfaser. Komm, nehmen wir mal mit. Da oben liegen noch ein paar. Das nehmen wir natürlich auch mit. Die ganze Gelumpe hier. Und, ne, der Schneehase nicht. Die, ja, was soll's. Irgendwas liegt ja noch da. Hier, der. Hä? Achso, der Hase. Kann ich nicht looten. Hab ich mit erwischt, wie's aussieht. Kann ich aber nicht looten. So, was machen wir denn als nächstes? Ähm, ein wertvolles Horn. Stufe 12. Auf der Fährte. Stufe 11. So, still hier. Ähm. So, warte mal. Dann würde ich sagen, wir machen als nächstes, ähm, das wertvolle Horn. Ist ja direkt hier in der Nähe. Nehmen wir das an. Aber, ich mach erst eine Aufnahmepause. Das heißt, in der nächsten Aufnahme gucken wir... Hm, ist ja doch nicht hier in der Nähe. Egal. Wir gucken es uns in der nächsten Aufnahme an. Und bis dahin sage ich kurz und knapp. Ciao. Ja, meine Fresse. Was war da denn los? Da konnte ich doch glatt eine Woche lang keine Witcher aufnehmen. Ja, Grund. Keine Ahnung. Einfach nicht dazu gekommen. Die anderen liefen. Aber Witcher. Ne. Irgendwie nicht. Komisch. Ganz komisch. Ich weiß echt nicht, woran es lag. Aber Hauptsache, jetzt geht es mal wieder. Und wir haben noch eine Quest markiert. Stelle die Diebe und hol Holgers Horn zurück. Und weil jetzt bestimmt mindestens eine Woche vergangen ist, muss ich einmal kurz hier reingucken. Ähm. Ist auf jeden Fall eine Stufe 12 Quest. Ähm. Hm. Ja, wir sollen Horn zurückholen. Dann machen wir das mal. Einmal kurz Plätze ranschaffen. Bleibt da denn. Wieso sind Plätze? Mann. Was soll denn das? Jung. Oder Mädel. So. Und ich habe gerade auch eine etwas andere Aufnahmetechnik. In der Hoffnung, dass es vielleicht gegen diese Abstürze hilft. Die ich ja mit Dexter die ganze Zeit habe. Deswegen. Nö, nö. Jetzt nicht. Deswegen könnte es sein, dass das vielleicht ein bisschen die Grafikqualität jetzt gerade anders oder so. Ich teste einfach mal ein bisschen aus, ne? Ich muss das jetzt mal ein bisschen testen. Wir sollen hier durch. Echt jetzt? Los, lauf! Das kann ich gerade nicht so richtig glauben, dass das Ding uns hier durch die Pampa schickt. Aber naja, wo müssen wir überhaupt hin? Vielleicht können wir da ja nur den einen oder anderen Ort mitnehmen. Wir müssen nach da oben. Und den Ort können wir schon mal mitnehmen, oder? Wenn wir schon mal da sind. Wir müssen ja auch Erfahrungspunkte sammeln. Damit wir auch mal hier die Bärenrüstung ein bisschen upgraden können und so. Ich weiß, mit Drauenquests gibt es keine Erfahrung, aber... Die nehmen wir trotzdem mit, ne? Die sind ja auch oft schnell erledigt. Was sind wir denn hier? Oh. Oh, 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 oh. Da speichere ich trotzdem nochmal vorher. Ähm, nehme lieber Quen und Bömmchen oder Armbrust. Bömmchen, ne? Ja. Bömmchen ist, glaube ich, ganz gut. Nochmal speichern. Quen aktivieren. Aua. Das kam überraschend. Patsch. Ist er schon mal vergiftet? Wo geht er hin? Oh. Das war angenehm einfach. Müssen wir uns merken, diese Technik. Irgendwie durch den Durchrollen dann von hinten reinwämmen sind. Das macht ja auch ein bisschen mehr Schaden. So, Schwert brauchen wir nicht mehr. Und hier sind wir schon. Was haben wir denn hier? Eine Binschi. Hatten wir, glaube ich, schon mal. Verbesserte Kavalerie-Sattel. Aber ich glaube... Was macht der denn? 65... Oh. 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 Der ist in der Tat besser. Na dann. Ausgerüstet. Und die Binschi ist schlechter. Wahr zu erwarten. Steht Plötze noch da irgendwo rum? Plötze. Äh. Wo sind Plötze hin? Ganz knapp außerhalb des Bildrandes. Aber ganz knapp. Wie das Pferd das immer macht, das ist ein Rätsel. So. Haben wir noch was anderes auf dem Weg? Wie es aussieht, auf direktem Wege nicht. Ähm. Hm. Dann reiten wir jetzt auf direktem Weg in Richtung Quest und holen das Horn zurück. Wobei das wahrscheinlich nicht ganz unproblematisch vonstatten gehen wird. Geh mal weg. Zieh. Komm ich da hoch? Ja. Aber das werden wir sehen, wenn wir da sind. Jihah. Ja. Schöne. Schöne. Geh mal weg. Schöne. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020